Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute werden wir zwei Karten Einmal aus dem Block, Weihnachtsblock, DIY-Card-Making aus dem Action und eins aus diesem Block. Hier habe ich schon alles raus getrennt, müssen wir nur ein bisschen schneiden noch. Also, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der hier an. Also so soll die Karte werden, ich hoffe, ihr könnt das sehen hier, ich glaube nicht. Ja, ist ein bisschen wenig Licht, ne? Ja, der Herz ist im Anmarsch. So, das sind die ganzen Stanzteile. Das hier werde ich jetzt nochmal zurecht schneiden müssen, weil so akkurat ist das im Schnitt. Ja, aber nur ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt auch alles sehen. Ja, ich mache den Rand ab, würde ich sagen. So, das müsste jetzt passen. Ja, passt, wackelt und hat Luft. So, jetzt tun wir erstmal die Stanzteile da draufkleben. Und zwar dieses hier, da oben kommt ein Spruch und hier unten kommt ein Spruch. Gell? Ja. So, jetzt ist die Frage, soll ich das ein bisschen erhöhen oder nicht? Aber ich mache noch diese kleinen Stanzpunkte, die schneide ich gerade hier ab. Soweit es geht. Ja. 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 Das wird ein bisschen erhöhen, jetzt kommt es besser. Das war ein bisschen zu viel, war nicht schlimm. Nichts, sondern. Nein. Ja. 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 Moment. So, da bin ich wieder. Let me use this. Da klei, da klei, da klei. Vielen Dank. So. So. So am Anfang. Ja. So. So. Das wäre Nummer eins. Dann haben wir hier die Stange. Das sind nachher, dann haben wir diese Stanzpunkte. Nicht ganz abkriegen, ne? Ja, wenn ich bin blindfuchs, ich sehe nicht alles. Jetzt reichen. So, lassen wir dann auch hier drauf. Oh. Ah ja. Einer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so breit. Und hier. Ah, geht. So. So. Zum Bereichen. So. 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 das. So. das obere Teil hier. so. 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 also ist das relativ egal und dann wieder noch eins so ja egal hätte noch ein bisschen darüber müssen, aber das ist nicht mein Tag heute nicht mein Tag wie geht es euch dann so bei mir ist gestern die Heizung ausgefallen mein Zimmer ist arsch kalt das ist man gar nicht gewohnt keine Ahnung, sonst pumpt die immer ohne Ende und jetzt gar nichts mehr keine Ahnung, was da los ist wie sagt man so schön immer pro clima so so so, ich bin wieder da klingeln bei mir aber wollen nicht mehr das ist interessant echt Hauptsache mal reinkommen jetzt kommen hier die kommen da auch noch drauf jetzt muss ich erstmal gucken, welche ist hier ist das hier und das hier ne okay okay Vielen Dank. na so jetzt habe ich hier noch die herzchen und hier 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 Und da. Da muss ich ja was schneiden. Da ist ja nur die Hälfte. Also werde ich nur in der Mitte das machen. Ich finde das reicht. So. Sodele. Dann kleben wir mal da auf die Karte. So da drauf. So. 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 Karte Nummer eins ist fertig. So jetzt kommen wir mit der Karte zwei. So. So. Eigentlich wollte ich ja hier das Band noch benutzen, aber das funktioniert ja nicht. Und hier muss ich auch wieder schneiden. So. 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 da zieht euch gut aus ja meine erkältung ist jetzt so weit weg ich hoffe ich schätze wieder eine neue was Krankheiten angeht bin ich schon unfällig muss ich schon mal sagen so dieses jetzt kommt der Weihnachtsbaum her das mache ich jetzt mal so 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 was habe ich denn das muss reichen ich muss sagen hier vom Action dieses Home Tape das wenn er klebt dann klebt er doch sagen wir mal so das ist schon heftig so dann dann die kommt hier oben hin dann ja dann ja dann ja geschenkt mit der Katze die soll ja unten hin so ja 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 das muss man eigentlich so gegen kriegen gell das heißt die kommt auch noch hier unten hin hier oben muss noch die schleife kann ich eigentlich auch so dran kleben und meine Stimme verlässt mich da geht er gar nicht so dann warte mal dann hier noch ah ja die Katze noch mal dann noch mal her nimm mal ein Geschenk das ist auch noch da dran und ja von der Katze der Kopf alles klar Herr Kommissar ach die habe ich schon reingekriegt so der Kopf noch mal hin ich lebe ja Katzen immer alles frage mich nicht warum ich lebe ja Katzen immer alles mal hin jetzt haben wir noch Sternchen die klebe ich jetzt einfach so da drauf äh 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 Das ist eigentlich unmöglich, weil das sind ja schon so Sternchen, weißt du nicht warum. Da hätte ich jetzt auch noch ein bisschen so Glitzersteine drauf machen können, aber die sind allzu groß, die sind allzu groß und rosa, das geht ja schlecht, das können wir nicht holen, das geht nicht. So, geil, jetzt so, und der hier noch, dann sind wir fertig, I'm ready. Dann hat er nichts geschafft. So, ihr Lieben, können wir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von den Karten. Ja, hier hat es ein bisschen fail, keine Ahnung, ein bisschen schief aufgeklebt, aber die ist ganz gut geworden. Ja, ich freue mich über Kommentare und über ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.